hallo zusammen an diesem wunderschönen tag wie der ein oder andere ja schon weiß habe ich mir die oculus quest besorgt und dann geht gar nicht anders ich als tech pirat muss natürlich loslegen prüfen machen was kann man mit machen und 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 habe dann sehr schnell auch die einzelnen grenzen festgestellt aber grenzen sind natürlich auch wunderbar um die zu überwinden in dem fall ging es darum dass natürlich nur der facebook store sozusagen dafür da ist unsere sucht nach spielen zu befriedigen und das wollten wir auf gar keinen fall gelten lassen hier in dieser familie deswegen musste eine andere lösung her andere lösung war schnell gefunden die oculus quest für alle die es nicht wissen basiert auf android 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 wie auch nennen wollt das ist ja ein betriebssystem da gibt es tausende von entwicklern und 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 die lassen sich dann auch sofort immer was einfallen also los gegoogelt wie kriege ich andere apps apk nennt sich das auf meine oculus quest und musste wie immer feststellen die lösung gibt es oftmals nur für windows ich aber als mac user und freund des lieben mac computers universums oder wie er es nennen wollte war dann aber trotzdem sehr erfreut als ich feststellte dass es die sogenannte zeit quest und das ist schon ein hinweis auf die funktion quasi daneben also zeit zeit daneben neben der quest auch für mac gibt als wunderbare installations datei und die auch noch super komfortabel und wahrscheinlich viel komfortabler als bei windows funktioniert und wie das funktioniert und das ist wirklich pillipalle einfach das zeige ich euch jetzt hier in dem video als erstes müsst ihr bei oculus selber auf der seite einen organisations zugang erstellen also sprich ein firmen account oder entwickler account wie ihr es immer nennen wollt dann könnt ihr beliebig benennen ich habe den jetzt hier mal techpirat genannt oder ähnliches das funktioniert gut einfach den link in der video beschreibung aufrufen da ihr ja idealerweise mit euren facebook account hier schon angemeldet seid wird diese information dann auch bis auf die oculus übertragen beziehungsweise oculus übertragen denn dort habt ihr dann auch mehr einstellungsmöglichkeiten beziehungsweise könnt dann euch erfolgreich mit der site quest verbinden wenn ihr diesen entwickler account am ende auch habt von daher ist das hier eine wichtige aufgabe wenn ihr den dann erstellt habt dann könnt ihr als nächstes die treiber runterladen diese treiber sind allerdings nur für windows user notwendig hier geht es ja um eine mac installation die mac user die bekommen mit der installations datei die wir gleich bekommen von site quest automatisch die treiber mitgeliefert das heißt hier ist keine separate installation von treiber notwendig um die datei runterzuladen da geht ihr auf den download link bei site quest dort könnt ihr für die mac os dann die entsprechende dmg datei auswählen einfach anklicken dann doppelklicken so wie es kennt damit das geöffnet werden kann nachdem die datei runtergeladen wurde und dann öffnet sich ein neues kleines fenster über das ihr dann die datei beziehungsweise die applikation dann in den application ordner verschieben könnt bevor ihr allerdings das programm dann startet ist noch ein klein wenig arbeit notwendig und zwar empfehle ich hier beziehungsweise ist es erforderlich dass ihr in der app auf die einstellung geht von der oculus ihr müsst ihr erst damit verbinden wenn ihr die erfolgreich verbunden habt dann habt ihr die möglichkeit hier auf more settings also erweiterte einstellungen und dann dort den entwicklermodus freigeben erst wenn der entwicklermodus freigegeben ist seid ihr in der lage später die applikation auch auf der oculus quest zu installieren wenn ihr dann später die oculus mit dem mac computer verbindet dann werdet ihr gefragt in der oculus ob ihr den debug modus freigeben wollt das bestätigt ihr natürlich oder müsst ihr bestätigen dann macht ihr da bitte bei always auch immer den haken dann werdet ihr nicht jedes mal gefragt und so habt ihr dann die möglichkeit jederzeit auch einfach mal eben schnell die oculus am mac computer anzuschließen und habt also keine sorgen und könnt dann also weiter arbeiten ja jetzt dürfte der side quest starten und wie ihr seht oben links seht ihr dann den status ob die jetzt verbunden ist oder nicht ich habe die noch nicht verbunden ich werde jetzt mal eben schnell mit dem usb verbinden dann können wir sehen ob dann auch alles funktioniert ich hatte jetzt im vorfeld schon die installation gemacht das heißt ich habe also auch schon vorfeld bestätigt dass die always sozusagen sich immer damit verbinden darf und das klappt also wunderbar nachdem ihr erfolgreich verbunden seid mit der oculus quest habt ihr oben dann ein grün status gewechselt von rot auf grün und könnt euch jetzt die spieler aussuchen die ihr da installieren wollt das klappt sehr komfortabel wie in jedem anderen store oder in der bibliothek auch von oculus quest selber könnt ihr hier einfach die einzelnen spiele direkt auswählen und dann auch entsprechend installieren ja wenn man das dann ausgewählt hat dann kann man das ganz einfach installieren in dem fall ist ja hier eine demo version und dieser store hat hier kostenfreie programme demoprogramme und auch kostenpflichtige programme und das kann man hier durch anklicken installing oder install last ist also installiere das letzte die letzte version kann man das also installieren und da bekommt man dann auch am ende die rückmeldung dass die installation komplett war und das war es schon also so simpel und einfach lässt sich am ende die sidequest hier installieren der vorteil auch von der sidequest ist dass ich mit dem programm auch fremde apk hochladen kann das heißt ich habe mir die möglichkeit durch anklicken hier oben auf den bereich mit install apk file vom folder kann ich also auch externe apk das heißt wenn ich apk für die quest habe oder finde die noch nicht im store zugelassen sind oder findbar sind dann kann ich das hiermit auch hochladen da gibt es da so ein paar apk als beispiel die zum beispiel das bildschirm den bildschirm teilen oder andersrum dem oculus quest ausgabe teilen auf dem computer die sind in keinem store verfügbar und die sollen dann oder können dann über diesen apk manager beziehungsweise installer dann auch hochgeladen werden auf der oculus quest selber findet ihr die hochgeladenen dateien dann in eurer bibliothek so wie gewohnt allerdings mit dem oder in dem folder jetzt muss ich gerade überlegen unbekannt unbekannter empfänger nein unbekannter entwickler glaube ich oder ähnliches heißt der unbekannte herkunft sowas glaube ich zeige ich euch aber und dort könnt ihr die auswählen leider ohne vorschau oder bilder ihr müsst euch die namen merken aber die funktionieren dann ganz normal so wie das gewohnt seid einfach hier mit der steuerung draufklicken und starten das ist alles ja wie ihr in dem video gesehen habt es war wirklich kein hexenwerk man muss einen kleinen entwickler account anschließen anschließen erstellen und so weiter also wirklich ganz unkompliziert ein bisschen programm installieren und da kann man loslegen und ich konnte endlich die spiele sucht meiner tochter befriedigen und minecraft auf der vr installieren einzige problem ist wir kommen überhaupt nicht mit der steuerung klar ich muss mir erstmal einen anderen joystick besorgen ich habe den joystick von der sony playstation angeschlossen playstation 4 der funktioniert so malala also da arbeite ich noch dran aber der lässt sich tatsächlich als bluetooth joystick verbinden mit der oculus quest was es nicht alles gibt was für eine fantastische welt muss ich sagen also diese errungenschaft der technik da lässt man lässt mein herz höher schlagen also ich bin sowas von begeistert da werdet ihr noch einige sehen ich plane vieles lasst euch überraschen aber das war es dann schon mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen daumen hoch natürlich wie immer und schönen kommentaren drunter schreiben gerne schreiben welche spiele habt ihr euch denn mit der sidequest auf die oculus quest installiert das würde mich echt super mal interessieren sicherheitshinweis in der android welt android welt da sind natürlich ganz viele hallodris halunkeln oder wie ihr sie nennen wollt unterwegs bitte ladet euch keine apks von nicht bekannten quellen runter nur vertrauenswürdige quellen seid sehr sehr vorsichtig wie weit der sidequest vertrauenswürdig ist kann ich noch gar nicht hundertprozent sagen also ich kann nur sagen dass die zwei drei dinger die ich runtergeladen habe bis jetzt funktioniert haben aber es ist wichtig immer wichtig seid vertrauensvoll ladet nicht irgendeinen müll runter nicht dass wir nachher ein virus auf der oculus quest haben auch interessant na ja aber wollen wir nicht haben lassen abo da bis zum nächsten mal tschüss und